Österreich Premiere für den neuen Honda Civic in Kombi-Version, den Civic Tourer. Mit speziellen Variabilitätsfeatures und Spitzenwerten beim Ladevolumen soll der Tourer zum Erfolgsmodell werden. Es ist so, dass auf dem österreichischen Markt in etwa 60% fünftürige Autos sind und 40% Kombis. Nachdem wir schon lange keinen Kombi hatten und er durchaus gelungen ist, ist einer der größten Kombi im C-Segment, die es überhaupt gibt, erwarten wir uns, dass wir unsere Stückzahl steigern, zum Teil zum Kosten des fünftürigen, aber in generell mehr verkaufen. Vielseitigkeit ist das Motto beim Civic Tourer, etwa dank Magic Seats, denn hier kann auch die Sitzfläche hochgeklappt werden, wodurch bis zum Fahrzeugboden eingeräumt werden darf. Oder mit dem Zusatzfach im Kofferraum, das etwa zwei kleinere Bord-Trollys aufnimmt und darüber alles weitere Gepäck. Der 4,53 Meter lange Tourer kommt als 120 PS Diesel auf einen Normverbrauch von 3,8 Liter. Der neue Honda ist ab 21.990 Euro erhältlich. Zur Einführung gibt es 1.000 Euro First-Minute-Bonus.